Wo sind denn die ganzen anderen Menschen? Ja, das frage ich mich ja auch. Ich glaube, die sind alle mittlerweile wirklich tot. Naja, so wir sind ja auch nicht gelandet. Also die meisten sind ja mit dem Auto weg, zwei Stück. Und den anderen haben wir ja noch gekillt. Ich denke mal, das war sein Kollege dann. Das kann gut sein. Musst du, dass das eigentlich gewesen sein? Geh mal gegenüber deinem. Ein Bayer-Backpack, hast du schon einen? Na, hab mal einen. Wo? Wenn ich das jetzt wüsste. Von mir aus Westen. Oh, das sind zwei Stück, ja. Das sind zwei. Die sind Südwesten. Ja, ich sehe die, ich sehe die. Ich bin in Sicherheit, ist alles okay. Okay, ich bin auch in Sicherheit. Ich würde die gleich mit meiner Vierfach-SKS. Warte mal. Siehst du die? Ich sehe die leider, ich sehe leider gerade gar nichts. Ja, der ist an dem linken blauen Haus dran. An der Tür. Vielleicht ist er sogar reingelaufen. So, auf jeden Fall sind zwei Nachrichten kombiniert. Ich habe mich schon gewundert, was das eine so, ich finde nichts. Und dann auf einmal Socken, Weihnachten. Ich habe mich schon gewundert, wo der Zusammenhang ist. Ein bisschen. Ich sehe die leider nicht von hier. Ich bin jetzt der Hauscamper. Aber warte, warte, warte. Ne, ich sehe die immer nur ganz kurz. Die sind hinter der Mauer und kommen nicht vor. Kann ich von diesem Haus hier... Oh, hier ist er auch auf. Das ist aus, an dem ich stehe. Auf. Dann waren die da. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Warte mal ganz kurz. Gucken, ob ich das schaffe. Habe ihn ausgenockt. Headshot. War auch gut kassiert. Ja, aber ich kann mich wieder hochhalten. Da, ich sehe den anderen. Der ist an der linken Mauer dran. Ich glaube, der will bestimmt seinen Kollegen helfen. Zwei Hits. Soll ich den stürmen? Er müsste fast tot sein. Also, ich gehe jetzt auch hin. Der kann halt bei seinem Kollegen sein, ne? Warum hat meine Nate den nicht getötet? Den ausgenockten. Busch von hinten. Wo ist denn der Ausgenockte? Ja, die sind hinten dran, hinten. Wie hat er den schon geholt? Ne, im Haus. Im Haus. Hier bei mir im Haus. Der ist hier. Ah, das ist richtig gut. Er hat sich eingesperrt. Komm mal zu mir jetzt. Guck dir das an. Richtig gut jetzt. Wo hat er sich eingesperrt? Hier, da drinnen. Ey, er bremst. Tschüsse. Bist du da? Das war ich. Aber was ist denn mit seinem Kollegen? Wo ist denn der hin? Der? Ich weiß es nicht. Der war jetzt direkt tot hier. Der andere ist wahrscheinlich gestorben, oder? Ne, ich habe keinen Kill bekommen. Ich habe keinen Kill bekommen. Dann war das wahrscheinlich noch wer anderes. Der war sofort ausgenockt. Also, ich habe den ja ausgenockt. Aber die beide sind tot. Und wieso habe ich keinen Kill bekommen? Ich glaube, ich habe beide gekillt irgendwie. Ich habe vier Kills. Okay. Wegen dem Mollo wahrscheinlich. Weil er durch die Tür... Ja, so kann man es auch machen. Oh. Ich bin ja ein bisschen traurig. Loot. Loot, loot. Was für eine Waffe hast du? Ja, ich loote gerade. Ich habe eine M16 in der SKS. So, na dann laufen wir mal. Yo. Wow. Einfach mal übers Feld ohne Entdeckung. So mag ich das. Leiste ab, bitte, Spoon. Was? Leiste ab, bitte. Los. Wieso? Was ist denn das? Ne, jetzt. Ich weiß nicht. Das ist... Sühne für deine Taten. Sühnen? Ja. Ich habe dich doch schon bezahlt. Hier mit Bandagen, First Aid Kits. Da erinnert sich keiner dran, ha? Da erinnert sich keiner dran. Der Spoon hat die Boost gekauft. Ah, links von mir, links von mir sind die Spieler. Richtung Westen oder wie? Ja, ich glaube, es ist nur einer. Ich bin mir nicht sicher. Ha, direkt tot. Das hat er direkt gestorben. Oh. Drei Schüsse, drei Treffer. Drei Schüsse. Gesehen, Spoon? Verrengert wird besser. Hast du gesehen? Aha. Ne, das ist schlechter für mich. Ich hätte sonst mit zwei Schüssen dreimal getroffen. Was? Ach, da vorne direkt, okay. Der hat ja nichts gehabt. Ja, Mann. Doch, der hat einen Zweierrucksack. Das brauche ich. Der hat einen Karabiner. Ich nehme den Karabiner anstelle der SKS. Dann nehme ich die SKS, ja. Okay, hier. Habst du gedroppt. Willst du ein bisschen Muni haben? Weil ich brauche halt nicht 140 Schuss mit meinem Karabiner. Ja, du kannst mir 30 droppen. Also, mehr brauche ich aber auch nicht. Okay, ich droppe die 48. Ich bin großzügig heute. Brauche ich nicht. Aber gut. Auto? Dangerous. Ich habe nichts gehört. Ich will jetzt erstmal weiterlaufen. Jo. Oh, oh, versteck dich. Vor mir. Schieß gleich drauf. Vor mir, vor mir. Siehst du den? Oh, der hat mich gut getroffen gerade. Hab ihn. Er ist tot. Sehr gut. Teamwork. Immer diese Leute, die plötzlich kommen und einen nerven. Was soll der Scheiß? Der war nicht ausgenockt, oder? Nee, der war direkt tot. Vielleicht war das... Nee, das kann auch nicht sein Kollege sein, weil der war auch sofort tot. Ey, Bill. Ey, Bill. Bügle deine Gedanken. Oh, der hat 16. Das muss er hat 16. Was? Der hat 16. Was, 16? Weiß ich. Ich wollte... Ich wollte nur was. Ich wollte nur was. Okay. Okay. Alles wird gut. Oh, das war ein Scherz. Okay. Jetzt wird es langsam knapp. Wir müssen jetzt aber auch los, ja. Ja, ja. Ich sehe gerade. Ich habe auch keinen Boost mehr. Nur noch meinen Mage-Kitsch. Ähm, Bomber. Irgendwann machen wir mal Challenges. Irgendwann mache ich mal einen Stream, wo wir ein paar Challenges machen. So Pistole-Only, Fanner-Only, Fast-Person-Only, was auch immer. Ja, gut. Ich glaube, Fanner-Only wird schon sehr, sehr öde, weil da kannst du einfach gar nichts machen. Aber okay. Du musst dich auch vor allem erstmal finden, dass du es machen kannst. Ja, das wollen wir das finden halt. Was nun? Danke für deinen Loots, mein Freund. Danke dir. Ich nehme mal eben kurz einer von meinen fünf, äh, Boosts. Wenn du was hast, gib mal mit einer. Ich habe wirklich keins mehr. Ist kein Witz. Ja, nee. Kann ich mir vorstellen, dass ich ganz schön reiche gerade an Loot. Ja. Ein Boost. Aber ich habe 34 Bandagen, wenn du den nächsten paar Bandagen willst. Ach. Du hast nicht mein, äh, mein, mein Tutorial also geschaut. Aha. Du hast 34 Bandagen. Da gebe ich auch den Tipp, maximal 20 bis 15 Bandagen mitnehmen. Mehr brauchst du nicht. Ja, das ist ein cooler Tipp. Ich lese auch Reddit. Nee, ich, ne, ich habe Platz. Ich habe ja noch ungefähr, äh, 40 Prozent frei oder so. Wenngast, sag mal, Pfanne. Habe ich Waynot. Und jetzt? Und jetzt? Nimmst du das jetzt auf und hörst das nachts, oh Gott. Und betatsch dich. Dann spielst du halt nicht mal mit dir und warte schon die ganze Zeit. Äbel, nee. Nee, Äbel. Macht man nicht. Warte. Oh. Aber ich loote nochmal die Holzhütten. Wie sieht denn eigentlich mit der neuen Zone aus? Ach, wir laufen gerade drauf zu. Okay. Was meinst du, warum ich hier hinlaufe, mein Freund? Drei Boosts. Da wird geschossen oben auf den Berg? Yes. Das ist der Kampfberg. Das ist der Kampfberg, Leute. Ja. Wir gehen jetzt auf den Kampfberg. Bin schon gespannt, wie das da drauf so ist. Ich brauche auch unbedingt eine neue Weste. Mann, aber zwei Westen sind auch wieder die Hälfte kaputt. Ich schütze sie wieder nur noch wie einer. Da oben sind wir hier. Ja, ja, ich sehe aber nur einen. Ja, ich schieße jetzt auf. Ich habe ihn gehittet. Warte, wie lange kann er das denn überleben? Jetzt ist er aber ausgenockt. Müsste tot sein, oder? Nee, nee, ausgenockt. Ausgenockt. Wo ist dein Freund? Das weiß ich nicht. Siehst du seinen Kollegen? Der kommt jetzt gerade Richtung 300. Der läuft gerade auf den Baum zu. Ah, ja. Der kommt von oben ran. Mhm. Boah, ich sehe den nicht mehr so richtig. Er zählt auf dich. Er ist hinterm Baum. Mich? Okay. Ich glaube auf dich. Bin ich sicher. Der Freund muss eigentlich gleich zurückzahlen. Der geht zu seinem Kollegen hin. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe ihn gehittet. Da kann ich mehr viel haben. Ach, Mist, verfehlt. Karabiner-Hit ist ja schon hart. Er dürfte den gar nicht mehr erwischen. Du hast ihn ja ausgenockt und ich habe nochmal drauf geschossen eigentlich. Mhm. Zone kommt jetzt auf. Wir müssen langsam ran. Nee, der schafft das. Oh, du bist ja schon vor hier. Du hast keinen Kill gekriegt, ne? Nee. Hab sie. Beide tot. Beide? Ja. Wie der eine über seiner Kiste hängt. Wie geil das aussieht. Okay, ich gucke mal ganz schnell, ob die irgendwelche Boots für uns haben oder so. Ja, hier sind zwei Boots. Das funktioniert. Das klappt. Danke ich doch, dass der Kampf liegt. Hier sind auch noch ein paar Boots. Suppressor, sauber. Ein Schallempfang. Auf jeden Fall Boots hier. Kack, die haben keine Weste für mich. Scheiße, okay. Hier, ich kann hier gleich Boots droppen. Okay. Hier, nimm schon mal den hier. Damit du dich schon mal hochheilen kannst. Ah! Warte mal. Der, ich dropp dir. Ich renne jetzt rein. Ja, ich droppe dir gleich nochmal Painkiller. Ich habe aber noch ein paar Painkiller hier. Hier ist ein Auto. Sollen wir das nehmen und reinfahren? Wie weit ist es denn noch? Ja, lass reinfahren. Reinfahren. Nein! Wir haben es noch. Wir haben es noch. Wir haben es noch. Fahr schneller. Lass mal links runterfahren hier, oder? Ja. Mal weg. Wir sind mal ein bisschen außerhalb. Aber ist okay, ne? Du schaffst das. Aber dann gehen wir nach Profilen hier, wenn wir links runterfahren. Das ist scheiße. Wenn du jetzt halt auch acht Mitkits. Du hast acht? Okay, ich hab's gut. Dann passt das ja. Ja, ich hab acht Mitkits. Und nicht nach rechts. Rechts wird geballert. Aber nicht hier. Vertraue mir, mein Freund. Vertraue mir, okay? Okay. 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 Ich vertraue dir. Komm einmal zum Camperhaus. Das war schon offen, meinst du? Ist das offen? Ja, das war offen. Ja, okay. Weil irgendwann war hier bestimmt jeder. Jemand. Tür ist oben zu. Also, vielleicht ist da noch einer hier drin. Ich werde mich nicht in der Nade rein. Mach mal. Ich bin in der Nade rein. Ich renne rein. Das ist hier in das Seitenfenster. Okay. Okay. Ist drin. Nix. Nix. Hier ist auch zu, aber... Vielleicht sind die auf dem Dach. Auf dem Dach könnte sein. Ja. Nee, hier ist... Auf dem Dach. Ich hab die Tür gerade aufgemacht. Nein, nein, auf dem Dach liegt der. Ich seh den. Oben auf dem Dach drauf. Pass auf. Oh, okay, okay. Krass. Dann bleib ich mal auf dem anderen Dach hier. Weil sie runterstehen. Ich hab ne Granate. Nein. Ich hab grad die Granate in den Hand gehabt. Da kam der. Oh, die ist aber oben explodiert. Der ist immer noch oben drauf. Hört man noch. Ja, sollen wir hier abhauen erstmal? Oder weil... Ich stehe richtig blöd. Also ich seh, wenn die runterspringen, irgendwie auf das Zwischendach hier, aber... Okay. Und wenn die die Treppe runterkommen, seh ich das auch. Aber du musst halt irgendwie mir auch ein bisschen Deckung geben können. Weil von hinten seh ich... Dieses Camperdach immer. Da sind immer Leute drauf. Einfach je... Der guckt gerade hier, glaub ich. Bist du jetzt oben? Er ist auf der rechten Seite, rechts oben. Ich hab noch ne Granate. Okay. Komm. Nee, die ist runtergefallen. Ich hab fast selbst damit gekillt. Okay. Noch ein Versuch. Ich hab noch zwei. Okay. Könnte sein, dass das Ding getroffen hat? So, er ist mal ein bisschen weg. Aber der kann uns abschießen, wenn wir von hier weggehen. Das ist das Problem, ne? Wie viele Granate hast du denn? Du triffst halt nicht. Er hat mir eine runtergeworfen. Ich kann die von hier hochwerfen. Aber ich hab jetzt auch keine mehr. Bring's runter. Ja, was machen wir mit dem jetzt? Der wird bestimmt da oben einfach warten. Ja, ich könnte den absnipen. Das Problem ist, dafür muss ich aber irgendwo in das Haus oder so gehen. Auf die Kirche hoch, genau. Mann, ich komm hier nicht drüber. Ja, Kirche ist ja voll weit weg. Weil ich probier's mal hier. Hab mir den Rücken frei. So, du kommst mit. Ja, ja, ich komm lieber mit hier. Ja. Oben. Ich seh nur ein. Ja, ich glaub, das ist auch nur einer. Ey, mein Charakter ist aufgestanden. Ich hab auf hinlegen gedrückt, damit ich... Der ist aufgestanden. Wieso macht der so ne Kacke? Ich klicke auf hinlegen. Ey, ich klicke auf hinlegen, damit ich die... Die Scheiße nehmen kann. Und der steht auf. Der guckt. Aber der kann dich nicht treffen. Ey, wenn du jetzt... Wenn du mich nicht... Also, wenn du stirbst, sind wir ganz tot. Ja. Wollte nur... Der ist zurückgegangen. Ich glaub, der kommt jetzt runter. Ja, aber das schaffst du. Das schaffst du. Klar. Eine Sekunde noch. Ab dich. Dieser Kacke-Charakter, ne? Wie mich das aufregt. Please, na, Mensch. Das war jetzt so unnötig. Dass der einfach aufsteht, der Pisser. Was? Was denn Kacke? Nicht, dass der uns jetzt von hinten flankiert, weiß er. Ja, sollen wir weiterlaufen? Der wird noch weiter. Guck mal, die Zone kommt jetzt gleich. In einer Minute. Ne, der ist noch oben drauf. Der ist immer noch oben drauf. Immer noch? Krass, ey. Okay, jetzt können wir ihn vielleicht snipen. Hier liegen richtig viele Kisten auch. Ich geh mal hier hoch. Das Haus hoch. Guck mal, ob ich den von oben snipen kann. Gehen das andere? Ne, ist nicht hoch genug. Der kommt, der ist unten. Der ist unten. Ja? Ja? Im unteren Teil des Hauses. Ist nicht raus, glaube ich. Oder hinten raus. Eins von beiden. Okay, dann fass auf. Der könnte jetzt flinken von 330. Also dort. Ja, lass es mal in die Zone. Ja, hier ist man drin. Man kommt da nur nicht mehr raus. Ah, ich glaube... Spring! Der ist wahrscheinlich in die Spieler rein jetzt gerade. Ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Hier ist man gerade drin. Ja, ja. Da lagen nämlich auch Kisten noch. Ja, die Stelle hier ist echt blöd. Sollen wir auf die Kirche gehen? Ah, die ist gar nicht mehr drin. Kirche ist nicht mehr drin? Nee. Die ist nicht mehr drin, ey. Lass trotzdem gucken, dass sie nicht von der Kirche kommen. Also ich gucke jetzt hier Richtung Kirche erstmal. Hier oben ist doch ein kleiner... Ähm, zwei Leute von mir aus 300 Grad. 300? Okay. Komm, genau auf uns zu. Oh, AWM. AWM, Vorsicht. Ja. Hab einen mit Held schon ausgenockt. Äh, am Baum, links. Oh! Er hat ausgenockt. Links, links, links. Also, am Baum hier. Ist der weg? Du ignorierst die einfach. Ich hab zwei andere gekillt. Ich hab zwei andere gekillt. Wo ist denn der? Am Baum. Richtung Südwesten. Der ignorierst die einfach. Hab gerade auf zwei andere geschossen. Sorry. Der muss hier noch sein. Jetzt noch... Ah! Ich seh ihn. Hab ihn, er ist tot. Sehr gut. Er ist tot. Der ignorierst die einfach. Die sind hinter uns. Und die haben auch auf die Leute geschossen, auf die du geschossen. Ja. Ich muss hier aber looten. Der hat die AWM gehabt. Ja, mach das, mach das, mach das. Versuch zu looten. Oh, nee. Hey, ich brauch M4-Muni. Scheiße, ich hab nur noch 80 Schuss insgesamt. Wenn der M4-Muni hat, sag mal Bescheid. Ich brauch auch einen Helm und eine Weste. Die sind beide kaputt von mir. M4 kann ich dir geben. Der hat, äh, einen Zweierhelm. Okay, Dreierhelm hat der andere. Der andere Dreierhelm. Ich muss mich kurz heilen hier. Boah, Vorsicht, Vorsicht. Das zieht richtig viel. Das zieht echt viel. Aber ich hab mir seine ganzen Metz genommen. Ja, ich hab jetzt leider keine Weste. Wow. Auf dich? Nee, aber von irgendwo 300 kam das. Okay. Ich hab 11 First Aid Kits. Richtung Nordwesten, Nordwesten. Ja, ich hab 11 First Aid Kits. Aber ich brauch ne Weste. Ich hab keinen Boost und keine Weste, man. Spoon, es hat so wirklich ne Weste noch. Und Boost. Dein Leben, ne? Denk dran. Ja, nee. Pack ich nicht. Lass es lieber nicht riskieren, ey. Aber hat der irgendwo ne Weste? Spoon, sie war? Einmal schon heute. Wir müssen laufen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen sein. Oh, ich seh's. Oh, das ist, das war jetzt blöd von mir. Das war jetzt wieder Loot geil halt. Wenn ich jetzt sterbe, rechts von uns, Richtung Nordosten am Baum. Die sind grünen. Die Leute schießen auf uns. Schießt auf mich, ja. Busch weiter links hier. Ja, ich muss mich leider, ich muss mich leider heilen. Ich hoffe einfach, dass das jetzt... Oh, hier vorn sind auch noch zwei Leute. ...dass ich nicht sterbe. Der ist fast down, fast down. Ich hab ihn ausgenockt. Der heilt seinen Kumpel. Renn ins Gebiet rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Die heilen sich gerade. Die heilen... Ne, sein Kollege ist tot. Der wird abgeschossen. Ne, ne, links von dir. Links, warte. Richtung... Ah, ich seh den. An dem Baum, an dem Baum. Zwei Typen, die heilen sich gerade. Tot. Bleib liegen. Ich hab gar keine Muni gefasst mehr. Einer noch, an dem Baum. Wahrscheinlich, oder? Der vor mir? Das kann sein, dass er den gekillt hat. Ne, dann muss es der andere sein, in der Richtung. Der hat aber schon auf mich geschossen auch, ne, der andere. Der weiß, wo ich bin. Ne, ne, dann ist es nur noch vor dir, der eine. Der Gilly? Es lebt nur noch einer. Ne, der ist tot. Der wurde gerade gekehlt von dem vor dir. Bergab. Ich hab keine Weste mehr, ne? Also gar keine, die ist schon weg. Zerstört. Hm. Nicht gut. Da, ich seh ihn. Da unten läuft er. Hit. Ich hab keinen Muni mehr. Wer guckt gerade? Zweiter Hit. Das war ein Treffer. Krass. Fuck. Ein. Uhuhuhuhu. Ich heil mich auch. Der kann sich hinter dem Baum nicht richtig heilen. Wenn du geheilt bist, dann direkt schießen. Der hat keinen Platz da. Den Arm gesehen. Den Arm gesehen. Geht gut. Nice. Richtig gut. Oh, das war eine schöne Runde. Das war eine schöne Runde. Ich hab ausgesucht, du. Der stand falsch. Ich hab noch seinen Arm gesehen. Hat keinen Platz da. Den Arm gesehen.